Hallo. Hallo. Ja, ich hör dich. Okay, aber ich glaube, wir müssen uns erst mal noch finden. Ja, ich weiß, wo du bist. Ah, Junge. Er denkt, er ist James-Wantigel-Pullshit. Junge, ich hab direkt durch die Wand dich gehört. Wir müssen irgendeine Treppe finden, die in den Lüftungsschacht reinführt. Hier, hey, wait. Ist man im Kreis gelaufen? Ah, ja, ist nicht ich. Ah, hier, ich hab's gefunden. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nach dir. Nach dir, alter Mann. Du gehst als erstes rein. Ah, ja, er macht diesen hier. Oh nein, jetzt hängt das schon wieder an. Ah, okay, doch, ich kenn das, ich kenn das, ich kenn das, ich kenn das, glaube ich. Da ist irgendwo ein Stück Zettel, wo es draufsteht. Okay, hier drinnen müsste es, glaube ich, sein, oder? Oder haben wir es momentan? Ne, 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 ein Zettel muss irgendwo auf dem Boden hier liegen. Hier bei mir. Ganz hinten, beim Aufzug links. Ja, hier. Aufzug links? Hier, wo ich stehe. Ja, du musst verschwunden. Dicke, vor dem Aufzug links. Ich kann nicht mehr. Okay, warte. Eins, zwei, drei, vier. Der Elevator-Code. Ja, ne, da sind doch Hashtags drauf, oder? Ja, da sind Hashtags drauf. Okay, jetzt guck mal, jetzt guck mal her. Ja. Die Wand hat keine Hashtags. Die Wand hat Hashtags. Aha, aha. Jetzt müssten hier, das sind die Zahlen von 1 bis 4. Und jetzt heißt, die erste Ziffer ist eine 5, weil es gegenüber liegt. Die zweite Ziffer ist eine 7, die dritte eine 0, und die letzte ist eine 1. Also 5, 7, 0, 1. Okay, warte. 5, 7, 0, 1. Alter, erstes Level gelöst. Junge, oh man. Du gehst vor. Andi, ich bin älter, ich muss vorgehen. Ja, Digga, mach mir doch keine Angst. Es sind zwei Missviecher, die uns verfolgen, ne? Ja, ja, zwei Missviecher. Ich hab so eine Spraydose aufgehoben. Oh, hell nah, hier ist noch eins. Dose wie Titan aus Attack on Titan. Alter, der läuft auf allen vier. Ja, den hab ich aber noch nicht gesehen. Den wirst du nachher noch sehen. Aber wir können nicht... Oh, 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 oh. Was war das? Ey, yo, what the fuck? Oh mein Gott, was ist das? Okay. Das ist ein Rätsel, glaube ich. Der Schatten. Hast du die Silhouette gesehen, aber sie schaut nach rechts? Was ist falsch? So? Yo, was war das? Irgendwas kaputt gegangen. Wie kann das Pferd denn jetzt bitte nach... Ich muss nach rechts schauen? Jawoll! Ach so? Ja. Oh, die Tür! Ohohoho. Ohohoho. Oh. Aber wir haben diese Zeiger. Schraubendreher. Oh, dick. Hier hinten irgendwas. Interagieren. Ne, braucht ein Zeiger. Okay. Wir müssen jetzt die Zeiger... Oh, sie kam. Was ist? Ich hätte was gesehen. Ne, erschreckt mich schon. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Oh, hier liegt ne Reiche. Was? Wat da? Ich weiß nicht, wie ich schon würde Kira pressen. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal... Bruder! Bruder! Was war das? Ey, 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 ey! Den wirst du nachher noch sehen. Wat da? 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 Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da ist ein Versteck. Oh, hell nah. Hell nah, Bruder. Hörst du mich? Radio? Test, test. Eins, zwei, drei. Ich kann's gerade in die Hand nehmen. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, Digga, das war so close. Ja, ich leb... Also, ich leb noch, ja. Okay, du lebst noch. Sieg herr, Mama, komm, ich bin so kaputt gegangen gerade. Digga, ich bin so gestorben. Oh, ey, da hast du... Da hast du ins Gesicht. Oh, bei mir auch. Versteck, ne? Ich will nicht raus. Du musst irgendwann mal rauskommen. Ich spiel's aber nicht alleine. Digga, warum ist meine Vision so geblurrt? Hallo? Ja, du musst, äh... Du musst die Pille nehmen. Ich seh, das Mistvieh. Ich seh, das Mistvieh. Ich seh, das Vieh rausgekommen. Da, da. Oh mein Gott, ich schreck mich doch nicht. Digga, da kommt angespritzt. Ich bin fucking Usain Bolt, Junge. Ja, Junge, ich muss... Alter, ich hab mir grad in die Hosen gemacht. Was soll ich machen? Shit. Ich hab'n Fuß gefunden. Oh, ja, Schubladen. Oh, let's go, Usain Bolt. Der Fuß fehlt sich nicht. Iju. Rote Türe. Die Gemälde. Wenn Sie einige Gemälde finden, sehen Sie sich genauer an. Insgesamt verbergen Sie einen Geheimcode. Okay. Schau mal vor. Hier war irgendwie... Aber hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Oh, Guter! Was? Da war das Gesicht. Waren wir schon. Uuh. Siehst du das? Ja. Oh shit. Wir dürfen uns... Wir dürfen uns gar nicht angucken. Ich nehme kurz die Pille. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Schwanger. Hehehehe. Ja, das ist Mist. Das steht da hinten noch. Das steht da hinten. Hier ist ne Türe. Weg. Ah, hier ist ein Spint. Ne Kassette. Und Finger. Iju. Lass mich nicht alleine. Das ist das weird. Ey, yo. Ey, yo. Ui. Der macht den scheiß Soundboard aus. Du. Hahahaha. Hahahaha. Wait, aber hier wird nichts von Fuß erwähnt, Digga. Ich hab'n fucking Fuß im Inventar. Wir müssen jetzt den Leichenraum finden. Höhöhöhö. Höhöhöhö. Goofy. Wait, interact. Okay. Jonathan. Ey, 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 ey. Warum wird's rot? Warum wird's rot? Warum ist da nur ein Spint, Digga? Wait. Der Kassi versteckt. Wir sind verschlossen. Hihihi. Bitte. Oh Gott. Schließfach kurz, sieh dir die Leichen an. Sie verbergen einen Geheimcode Achte einfach auf das Blut Der hat Blut, der hat Blut, der hat Blut Der hat Blut Der hat kein Blut, kein Blut, kein Blut Okay, einfach ein L Ich mach das L Aber dann ist das rechts Die komplette Reihe hoch Und dann von oben rechts nach links Warte Ist offen, ja Ich dachte, ich mach so wie So ein Detektiv, aber mit dem Gehe ich gar nichts mehr Oh mein Gott Das ist mein Schuh Digga Hörst du mich? Digga, macht der sowas mit mir Hörst du mich? Nimmt der den ersten Den ersten Spindgel weg Wo willst du? Bist du dead? Ich bin Nein, ich bin in den anderen Spind gerannt Gut Das ist mein Schuh Das sieht ganz hassen aus Oh nein, zurück, 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 zurück Links von uns ist direkt das Gesicht Hey, wait, hä? Ne, ne Hast die eingebildet, Mann Das hilft nicht Habe ich doch gesagt Okay, wir gehen jetzt Wir laufen jetzt da durch Deck rechts drüber Spinden Ich geh vor Oh mein Gott Oh mein Gott Der kommt nicht, oder? Doch, der kommt Im Versteck Jetzt hörst du mich Oh mein Gott Der Tentakelmonster ist genau vor mir Oh mein Gott Es ist an mir vorbeigelaufen Es kommt zu dir Es kommt zu dir Was? Ach nee, Digga Das ist so scheiße Ich glaube hier sind die Leichen wieder Wurden wir hier nicht verfolgt? Ich bin tot Nein, du bist tot Nein Ich bin tot Fünf Minuten habe ich Hörst du mich? Da ist die Türe Es ist jetzt nichts Der lässt mich alleine Die solche sind jetzt machen Jetzt, jetzt, jetzt Ich bin wieder da Ich bin wieder da Mein Mame Hast du den Linger Du hast es aufgemacht Ja, ich habe die Türe aufgemacht The next day The motherfuckers was dead Wo bist du überhaupt? Ich kann nicht Oh mein Gott, let's go Äh, vier Junge, Alter Vier Eins Acht Vier Vier Jawohl, er springt noch einmal Freudig Zange Okay Was heißt das? Wann ein Break von den Ädzen? Wann ein Break von den Ädzen? Ja, das Gesicht Was können wir gegen das Ding Der macht doch nichts Hörst du es an? Er macht nichts Warum macht er nichts? Wow, bug Ich glaube, dass es ein bug ist Ich glaube Hallo Oh, hell Ja, das ist ja Ich habe ihn getriggert Ja, das ist ja Ich habe ihn getriggert Hö AHHHHH Na 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 Huhe! Oh, halt! Putz! Diese Kerre, warum macht das mit dir jetzt? Hilfe Papi, Hilfe! Ich hab da einfach eine fucking Skin-Affung, oh shit! Dann bist du wieder in den Lüftungsschacht reinklettert, dann können wir in die Vasen ran. Oh shit! Jenny? Ja? Wo bist du? Poffo! Wiener! 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 Ich hab vergessen zu sagen, wenn du ne Vasen kaputt machst, kommt der Hund aus seinem Schacht geklettert. Digga, da sagst du es jetzt! Wie stehen denn die ganze Zeit? Oh, scheiße! Oh Gott! Dürfen wir raus? Ich hab Angst rauszugehen. Komm, wir gehen raus! Komm! Bin draußen! Oh, der Hund ist immer noch da! Wir sind da dran! Oh mein Gott, was ist jetzt so? Tja, hör mal! Oh mein Gott, was ist jetzt so... Ich seh den Hund grad genau vor mir laufen... und so arsch die Ordnung! Also ich sag, ich bin drauf... Ja, ist gut! Könnte... Oh, ich hab noch was gefunden! Hier ist noch ne Vase! Ne Hand! Ne, nicht die Vase kaputt machen! warum nicht wenn du die kaputt machst kommt das viech hier kommt es raus da kommt das ist der schaff muss ja gleich sehen stell dich hier hin komm her du bist so ein wichser dafür ich werde dich so kaputt mache dafür hier rechts verlobte der der raum die rote tür war ein langer gang links und rechts türen waren ja guck mal let's go so lange gesucht wie gar nichts ok nase gut dass tofu die abgelenkt hat dann kann ich wettersachen platzieren wir müssen jetzt zum spiegel glaube ich ja ja hallo monster bei mir ja ich weiß bist du da du bist so ein wichser ich trapp dich dafür ich trapp dich dafür glaubt mir mein spinnt du bist so ein wichser du bist so ein wichser du bist so ein wichser ich werde mich so dafür rächen ich schwöre auf alles ich werde mich heftig dafür rächen ja jetzt jetzt viel glück jetzt viel glück hier hier ist ein zettel hier ist ein zettel hebe es gibt mehrere hebe aber nur drei können gleichzeitig betätigt werden ich habe zwei grünen schon eins fehlt noch der hier ist das offen ist das offen komm komm hier auch zukonsten sehe ich aus ja noch nicht du musst erst mal ins inventar gehen wo soll es wir nutzen jetzt gab's jawoll diggert schruppier askfak inger jetz ist die wo ich zugemacht hab Ich bin tot noch doch nicht ja rote türe es ist intern hinder dir hinder acid du wichser majestic ja rote türe es ist intern ah 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 Ich bin jetzt schon wie Edi, die ganze Zeit lang. Ja, das war ein Jumpscare. Ich wusste irgendwie, dass irgendwas hinter dieser scheiß Tür ist. Ich hab mich von eng so zur Seite gegangen. Super, perfekt, dass ich genau auf dem Zentral von der scheiß Tür stehe. Okay, raus. Nein, ich warte jetzt hier, bis du das Freze allein gelöst hast. Ja, komm mal raus hier. Wo bist du? Ach nee, ich höre eine Frau singen. Hier war das doch. Lelelelelel. Sieht gerade aus. Okay, aber lass den Putin morgen wieder. Hast du kein Wasser getrunken? Nein. Spaß, ich hab schon... Ich hab schon getrunken. Wadda! Mamma mia, mamma mia! Oh mein Gott, ich hab schon geschreckt. Da war einer. Wir müssen zurück. Ich schwör dir, der war da. Ja, aber wir müssen wieder zurück. Ich weiß. Du gehst vor. Du gehst jetzt vor. Ich hab genug Content gezaubert. Du bist jetzt der Nächste. Aber heute noch. Ich geh. Ich geh. Warum ist es bei dir rot? Das ist unfair. Ich will auch wissen, wann es rot wird. Hä? Ich komm mit in die rot. Ich komm mit in die rot. Ich komm mit in die rot. Hä? Hä? Was? Wird was? Der hat ein Kaffee gegeben! Der Hund!! Den Hund höre ich. Der ist schlimmer! idency! Ughh... Ich habe dir spiegeliert grad. Ich habs gesehen Verstärkung gerufen, j abbiamo xbalto Wir müssen da hin. Was 민's rot? Ne. Aber ich hör so... Ich schau jetzt nach, wo die Sachen verstrahlt sind. Der hier jetzt verstrahlt, einmal ansprühen. Ja, passt. Verstrahlt, ansprühen. Ja, passt. Verstrahlt, ansprühen. Passt. Verstrahlt, ansprühen. Passt. Verstrahlt. Ja, passt. Ich schau jetzt, wo die heißen Schuhe, so. Handybär, verstrahlt. Ja, verstrahlt. Passt. Verstrahlt. Passt. Ansprühen die Maske. Oh, fuck, bitte. Ja, perfekt. Irgendwas ist es auf, tüge. Let's go, Junge. Let's go, Ghostbusters. Oh, herrna. Sekunde. Film benutzen. Müssen wir jetzt einfach reinspringen? Ich gehe rein. Nein. Okay. fine. Okay. Okay. Let's go.